Wir präsentieren Ihnen jetzt gleich die Arie des Lenski aus Peter Tchaikovskys Eugen Onyagin. Wir sind im zweiten Akt der Oper kurz vor dem großen Finale, das zum Einbruch in die Schicksale eigentlich aller Figuren werden wird. Die beiden eigentlich besten Freunde Lenski und Onyagin haben sich zum Duell verabredet. Bei einem großen Ball bei Larinas hat Onyagin mit Lenskys Verlobter Olga ein Techtelmächtel angefangen hat, sie verführt hat mit ihr getanzt und somit musste Lenski Satisfaktion verlangen. Jetzt ist es der Moment der Kontemplation. Kurz bevor es tatsächlich zum Duell kommt, denkt Lenski, der Poet ist, der Dichter ist, darüber nach, was in seinem Leben passiert ist. Sie erleben mit der Arie des Lenski Cuda Cuda unseren Tenor Matthew Newlin, Ensemble-Mitglied an unserem Haus, der in vielen Mozart-Partien schon zu sehen war, der aber auch unter anderem schon den Alfredo in La Traviata hier in unserem Haus gesungen hat. Er wird begleitet von unserem Generalmusikdirektor Donald Wannickles. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Er wird begleitet von dem Schraub des ZDF, 2020 Wo, мой взор, напрасно ловить, В глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбе и заклад, Подоле я стрелой пронзенный, И мимо пролетит она. Все благо, диняя и слава, Приходит час определенный, Благословенный день забот. Благословенный дьмей приход. И злот за утро от чтеницы, И заиграет яркий день, А я, быть может, я грамлицы, Сайков таит зенную сень. И память юного поэта Поглотит медленное лето, Забудет мир меня, Но ты, ты, Ольга. Скажи, принешите во красоты, Musik Ich liebe dich, Oli, ich liebe dich! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018